Sie wollten mich sehen, Sir? Nur zu. Der Imperator ist tot. Der Imperator ist tot. Ich bin jetzt hier Korbett ab. Gehe auf Position. Agent Miku, greifen Sie die Schiffe an. Ja, Commander. Korbis ist unterwegs. Dranbleiben! Untertitelung des ZDF, 2020 Blockadebrecher zerstört! Commander Berzio, hier spricht Morphrey, die Ionenkanonen der Rebellen haben, die Dauntless deaktivieren! Commander, ein paar Rebellentransporter sind unterwegs zur Dauntless. Die Dauntless? Warum wollten mein Schiff? Vernichten Sie sie, bevor Sie mich erreichen! Haben Sie verstanden? Ja, Sir. Jäger, Angriff auf die Rebellentransporter! Hindert Sie daran, an Bord der Dauntless zu kommen! Ich schalte Sie dann aus! Ein Problem wenig! Nein, gefänglichen Transporter! Ihr versucht auszuweichen! Aber stören Sie ihn! Wo er an Bord kommt! Einer weniger! Suchen noch immer zwei die Station ab! Halten Sie sie auf, bevor Sie auf mein Schiff kommen! Alles im Griff, Sir! Agent Haas, mir nach! Ja, Commander! Das ist ein Schiff, Commander! Das ist ein Schiff, Commander! Das ist verdammte die Entfernung der Schiffe! Das waren alle. Die Dottes muss ihre Energie wiederherstellen. Wir müssen diese Ionenkanonen auskalten. Ja, Commander. Dann dezimieren wir die Rebellen. Bei allem Respekt, Sir. Sobald ihre Systeme online sind, sollten sie mit den Satelliten abziehen. Feigling, nicht in Frage. Agent Harsk, feindliche Jäger nähert sich. Ziel zerstört. Verdammte Axt! Okay, okay, okay. Wir sind die Scheißer. Ich weiß, ich weiß. Oh mein Gott, da ist er. Commander, ich werde verfolgt. Feindlicher Jäger auf 017. Ich bin auf dem Weg. Rauche freies Schussfeld. Ich versichere es. Ich finde, ich bin nicht... In die Station? Willst du mich verarschen? Commander Versue, er ist doch da. Ja, Mann. Ich versuch's doch. Ich werde diesen Jäger nicht los. Ich weiß, ich komme. Jäger zerstört. Alter. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Oh Mann. Wo hast du ihn denn? Ich bin getroffen. Ja, ich kann dir noch nie helfen. Mann, du musst auch mir... Oh. Alles klar, Agent Harsk. Danke für die Hilfe, Commander. Zeit, die Ionkanonen auszuschalten. Alles klar, Commander. Der Hangar ist frei. Ich gehe auf das feindliche Schiff. Harsk, auf mein Kommando stoßen Sie zu mir. Bis dahin decken Sie die Dornes. Ja, Commander. Ich würde, ja, aber hier ist so viel. An Bord gehen, wie soll ich's machen? Wir verarschen es. Was soll ich hier alles schiessen? Ich drehe hier durch, ja. Uh. Uh. Auf Gefängststaktion. Sie werden hier alle streichkräfte in Hangar. Ich verteile mich das nicht. Was ist das? Oh. Ich habe nur eine Fumf. Fumf Energie. Huh! Agent Hask, der Weg durchs Schiff ist frei. In der Waffenbucht von mir. Verstanden. Bin unterwegs zu Ihnen. Gebiet wird gescannt. Suche nach Gegend. Konsole hacken. Okay. Doroide, überlade die Kühlzellen.